Kapitel 4 Das Festessen Aufstehen, die Sonne lacht, verkündete Elsie. Woher das blonde Mädchen immer ihre Fröhlichkeit nahm, war Hermine schleierhaft. Mit einem undefinierbaren Brummen als Antwort zog Hermine sich die Decke über den Kopf. Sie wollte nicht aufstehen. Nicht, solange ihr noch jeder Muskel wehtat. Gestern hatte sie stundenlang den Fliesenboden in der Eingangshalle schrubben müssen. Deshalb konnte sie sich heute kaum bewegen. Dann wollen wir mal überlegen, was wir heute anziehen, oder? Hm, Hermine hörte, wie Elsie ihren gemeinsamen Kleiderschrank öffnete. Vier graue Kleider hingen darin. Zwei davon nahm Elsie heraus und stellte sich damit vor Hermines Bett. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches ich anziehen soll. Was meinst du? fragte sie und hielt sich eines der grauen Kleider an den Leib. Dieses hier? Es ist Flederfarben mit weißen Tupfen. Oder das hier? Sie hielt sich nun das andere graue Kleid an. Mit einem rot-weißen Karo-Muster? Hermine schlug die Decke zurück und blickte ihre Zimmergenossin mit einer gespielt nachdenklichen Miene an. Schwierige Entscheidung. Nimm das fliederfarbene. Gute Wahl, Mrs. Cole wird Augen machen. Unwillkürlich musste Hermine grinsen. Mrs. Cole würde sie eher in der Luft zerreißen, als ihnen ein Kompliment zu machen. Dieses Spiel spielten sie jeden Morgen, aber es wurde trotzdem nicht langweilig. Mühsam setzte Hermine sich auf und schwang die Beine über die Bettkante. Sie fühlte sich wie eine Hundertjährige und hörte sich auch so an, denn beim Aufstehen stöhnte sie schmerzerfüllt auf und drückte ihren verspannten Rücken durch. Auch diese Schmerzen würden irgendwann vergehen. Sie hatte schon Schlimmeres überstanden. Das Leben auf Snape Manor war hart und arbeitsreich. Freizeit gab es kaum, freie Tage schon gar nicht. Aber man hatte keine Strafen zu befürchten, solange man seine Aufgaben sorgfältig erledigte. Das war bei Hermines vorherigen Herrschaften anders gewesen. Sie hatten Gefallen daran gefunden, ihr Personal für jeden noch so kleinen Fehler zu bestrafen, und manchmal sogar grundlos. Nach einer schnellen Morgentoilette kam Hermine in die kleine Dachkammer zurück, die sie sich mit Elsie teilte. Ihre Zimmergenossin saß im Schneidersitz auf ihrem bereits gemachten Bett und war gerade damit beschäftigt, von einem Schneidermaßband einen Zentimeter abzuschneiden. Wie viele Tage sind es noch? fragte Hermine auf dem Weg zum Kleiderschrank. Siebzehn, verkündete Elsie stolz und hielt das mittlerweile recht kurze Maßband in die Höhe. Dann kann ich endlich von hier weg. Hermine drehte ihr den Rücken zu. Das ist toll, sagte sie und versuchte dabei fröhlich zu klingen. In Wahrheit fürchtete sie sich vor dem Tag, an dem Elsie sie verlassen würde. Sie waren in den zwei Monaten, seit Hermine hier war, zu richtigen Freundinnen geworden. Ein Leben ohne Elsie wollte sie sich noch gar nicht vorstellen. Hermine stemmte die Hände in die Hüften und blickte in den Kleiderschrank. Ich glaube, ich nehme heute das hellblaue Seidenkleid. Seide? Wie nobel. Elsie hüpfte vom Bett und drehte sich wie eine Ballerina um die eigene Achse. Dann ist meines aus, äh, Chiffon. Das sieht man sofort. Beide mussten lachen, obwohl ihnen dazu gar nicht zumute war. Aber Tränen waren keine Option, genauso wenig wie aufzugeben. Sie mussten durchhalten. Nachdem sie ihre Hauben aufgesetzt hatten, machten sie sich auf den Weg in die Küche, die sich im Untergeschoss des herrschaftlichen Anwesens befand. In dem langgezogenen Raum herrschte bereits große Hektik. Na, sieh mal einer an! Welch hoher Besuch! Die feinen Prinzessinnen gesellen sich endlich zu uns, keifte Mrs. Cole, als sie die Küche betraten. Hermine warf einen verstohlenen Blick auf die große Uhr über dem Kamin. Es war erst kurz vor fünf Uhr morgens. Sie waren also pünktlich gewesen. Doch Mrs. Cole schien schlechte Laune zu haben. Sogar noch schlechterer als sonst, falls das überhaupt möglich war. Guten Morgen, Mrs. Cole, sagten Hermine und Elsie in ihrem üblichen Singsang. Nichts ist gut an diesem Morgen, gar nichts. Habt ihr das Festessen heute Abend vergessen? Macht euch an die Arbeit, wird's bald. Wie hätten sie das Festessen vergessen können, wenn sich doch seit Tagen alles darum drehte? Deshalb hatte die Hausdame Mrs. Snape darauf bestanden, dass Hermine die Fliesen in der Eingangshalle schrubbte, bis sie so rein waren, dass man davon essen konnte. Als ob irgendjemand das tun würde. Hermine und Elsie schlangen schnell ihr Frühstück hinunter und machten sich dann sofort an die Arbeit. Während Mrs. Cole Befehle wie ein General auf dem Schlachtfeld bellte, tönten aus dem magischen Radio über der Spüle kitschige Liebeslieder. Sie vermischten sich mit ihren Barschen Anweisungen. Die Zwiebeln müssen dünner geschnitten werden. Wo ist der Hexer, der mein Herz gestohlen? Wann kann ich's mir zurückholen? Was soll das sein? Eine Suppe? Darin würde ich nicht einmal meine Füße baden. Ich sehne mich nach seinen heißen Lippen. Wann hört er mein Flehen und mein Bitten? Die Tauben sind schon tot. Wie lange willst du sie noch braten? Erlöse mich mit deinem Kuss, weil ich sonst vor Sehnsucht sterben muss. Der magische Rundfunk versorgte sie aber nicht nur mit einer Überdosis Kitsch, sondern auch mit den neuesten Nachrichten. Das waren die einzigen Minuten, in denen Mrs. Cole den Mund hielt. Und nun zu einer Sondermeldung. Wie das Ministerium vor wenigen Minuten bekannt gab, konnten bei einem Angriff auf einen geheimen Rebellenstützpunkt in Salisbury 15 hochgefährliche Terroristen festgenommen werden. Die kriminellen Aufrührer sind Mitglieder der Terrororganisation Orden des Phönix. Bei den Festgenommenen handelt es sich vorwiegend um gesuchte Muggel und Blutsverräter. Sie befinden sich bereits auf dem Weg nach Azkaban. Weitaus mehr dieser gefährlichen Verbrecher konnten getötet werden. Die genaue Zahl steht jedoch noch nicht fest. Trotz einiger ziviler Opfer spricht der Leiter des Einsatzes, General Mulzuber, von einem erfolgreichen Angriff, der die Sicherheit und den Frieden in unserem Land auf lange Sicht gewährleisten wird. Am liebsten hätte Hermine laut aufgelacht. Wenn im Radio von »einigen zivilen Opfern« gesprochen wurde, waren immer nur Muggel gemeint. Aber Muggel zählten nicht, deshalb waren ihre Tode kaum der Rede wert. Man sprach von Kollateralschäden, nicht von unbewaffneten Muggeln, die keine Chance gegen die Zauberer gehabt hatten. Schweigend arbeiteten die Küchenhilfen an dem großen Tisch, der in der Mitte der Küche stand. Mrs. Cole duldete kein Getratsche während der Arbeit, doch Elsie kümmerte das nicht. »Mir fällt gleich der Arm ab«, jammerte sie. Die Sahne, die sie in einer großen Schüssel steif schlagen sollte, war noch immer flüssig. »Wenn du weniger jammern und dafür kräftiger rühren würdest, wärst du schon längst fertig«, schimpfte Mrs. Cole vom anderen Ende der Küche. Leider hatte sie ein ausgesprochen gutes Gehör. »Ich verstehe das wirklich nicht«, meinte Elsie und strich sich mit dem Handrücken die blonden Haare aus der Stirn, die unter ihrer Haube hervorschauten. »Bei Meister Snape«, sie verzog kurz das Gesicht, »ist das wie bei jedem anderen Zauber. Er hat Macht und Gold, aber einen Mixer und Strom? Fehlanzeige. Als wären wir noch im vorherigen Jahrhundert.« Hermine lachte leise, aber unter Mrs. Coles strengem Blick machte sie gleich wieder ein ernstes Gesicht. »Hüte deine Zunge, wenn du sie behalten willst, du dumme Gans. Hast du mich schon jemals jammern hören, weil man mir meinen Zauberstab abgenommen hat?« »Nein? Ich hätte früher so ein Festessen mit einem Schlenker meines Zauberstabs in Sekundenschnelle zubereiten können. Stattdessen müssen wir stundenlang...« »Nicht so viel Salz!« Mrs. Cole stürmte zu einem anderen Mädchen namens Lizzie hinüber und riss ihr das Salzfässchen aus der Hand. »Wenn die Soße jetzt versalzen ist, dann Gnade dir, Merlin!« »Hey, guck mal, Mine«, wisperte Elsie, während Mrs. Cole damit beschäftigt war, die Soße zu retten. Überrascht hob Hermine den Kopf. Sie sah gerade noch, wie Elsie in die Sahne spuckte, bevor sie schneller als zuvor weiter rührte. Ihre braunen Augen funkelten dabei vor Vergnügen und sie grinste teuflisch. Kaum merklich schüttelte Hermine den Kopf, doch sie musste unwillkürlich schmunzeln. Von der Sahne würde das Personal sowieso nichts abbekommen und die Zauberer hatten es nicht anders verdient. Hermine konzentrierte sich wieder darauf, Unmengen an Gemüse in feine Streifen oder Würfel zu schneiden. Seit Stunden machte sie nichts anderes. Trotzdem hatte sie nicht das Gefühl, dass der Gemüseberg auf der Arbeitsfläche vor ihr kleiner wurde. »Das reicht schon«, sagte Mrs. Cole wenige Minuten später. »Bring das Gemüse hinüber zu Lizzie, damit sie es blanchieren kann. Was macht die Sahne?« »Ist schon fertig«, antwortete Elsie mit einem unschuldigen Lächeln. »Wurde ja auch Zeit«, Mrs. Cole riss ihr die Schüssel aus der Hand. »Gut, ihr zwei könnt hinaufgehen und den Tisch im Esszimmer decken. Los!« Hermine und Elsie trugen den schweren Besteckkasten mit dem Tafelsilber gemeinsam ins Erdgeschoss hoch und legten eine kleine Verschnaufpause ein. Auch dort herrschte ein hektisches Treiben, denn vor der Ankunft der Gäste gab es noch viel zu erledigen. Die Hausdame stand in der Eingangshalle und überwachte alle Handgriffe mit strenger Miene. Selbst aus dieser Entfernung waren die schmutzigen Schuhabdrücke auf den hellen Fliesen deutlich zu erkennen. Hermine stöhnte frustriert auf. »Wofür hatte sie gestern den halben Nachmittag auf ihren Knien verbracht und den Fußboden geschrubbt?« »Für nichts«. Als der letzte Lieferant durch die große Eingangstür verschwunden war, schwang Mrs. Snape ihren Zauberstark und im Nu glänzte der Fliesenboden wieder. Hermine blieb keine Zeit, sich darüber zu ärgern, denn Mrs. Snape kam in ihre Richtung. Deshalb pushten Hermine und Elsie schnell ins Esszimmer, bevor sie ihnen noch eine weitere Aufgabe aufheisen konnte, die sie dank ihrer Zauberkraft wahrscheinlich wesentlich schneller selbst erledigen könnte. Aber viele Hexen und Zauberer fanden körperliche Arbeit für unter ihrer Würde. Dafür hatten sie ja Dienstmädchen. Und wahrscheinlich genossen sie es, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich abrackerten, obwohl es nur den Wink eines Zauberstabs bräuchte, um die Hausarbeit zu erledigen. »Was meinst du, wird er heute dabei sein?«, fragte Elsie, während sie das Besteck auf den Tisch legten. »Wer?« »Na, der dunkle Lord. Bei jedem Festessen heißt es immer, dass er dabei sein wird, aber bis jetzt hat er sich hier noch nie blicken lassen.« »Hoffentlich bleibt das auch so.« Hermine faltete die schneeweißen Stoffservietten, wie Mrs. Snape es ihr gezeigt hatte, und drapierte sie auf den Porzellantellern. »Ich würde ihn nicht bei mir zu Gast haben wollen.« Mittlerweile hatte Hermine sich von dem Schock erholt, für einen der gefährlichsten Männer Großbritanniens zu arbeiten. Zum Glück bekam sie Snape kaum zu Gesicht. »Ich hab so ein Gefühl, Mine. Ich sag, heute kommt er. Wollen wir wetten? Um den Sickel?« »Ich habe nicht mal einen Sickel, um den ich wetten könnte.« Elsie lachte und steckte dabei noch weitere Kerzen in die Halterung. »Ich hoffe, er kommt und isst ganz viel von meiner Sahne.« Hermine grinste. »Wenn Mrs. Cole dich erwischt hätte?« Mit einer wegwerfenden Handbewegung wischte Elsie den Einwand beiseite. »Ich wette, in Wahrheit hasst sie die Oberschicht genauso wie wir.« »Glaubst du, weil sie ihr den Zauberstab weggenommen haben?« »Ja«, Elsie vergewisserte sich, dass sie allein waren und erzählte dann mit leiser Stimme. »Ich kann's ihr auch nicht verübeln. Sie ist muggelstämmig. Aber als die Todesser an die Macht gekommen sind, haben sie allen muggelstämmigen Hexen und Zauberern die Zauberstäbe abgenommen, weil sie die Magie und die Zauberstäbe angeblich gestohlen haben und weil es in ihren Augen nur reinblütige Hexen und Zauberer gibt. »Geben darf.« »Ich weiß.« Hermine kannte diese Geschichte von ihren Eltern. Sie hatten ihr erzählt, wie schrecklich es gewesen war, als die Todesser vor fast 16 Jahren die Macht übernommen hatten. Nicht nur für Muggel war es der Beginn eines Schreckensregimes gewesen. Selbst gegen Hexen und Zauberer, die nicht der Ideologie des reinen Blutes entsprachen, gingen sie mit äußerster Härte und Brutalität vor. Mittlerweile war es kaum vorstellbar, dass es früher anders gewesen war, dass Zauberer im Verborgenen gelebt hatten und eine Königin das Land regiert hatte. »Sie haben Mrs. Cole alles genommen, so wie sie uns alles genommen haben,« sagte Hermine leise. »Freiheit, Bildung, Würde, das gab es für Muggel nicht. Sie durften nur arbeiten und mussten gehorchen.« »Ich frage mich, was jetzt mit muggelstämmigen Hexen und Zauberern passiert.« Hermine zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Vielleicht gibt es keine mehr?« Kurze Zeit später war die lange Tafel für zwölf Personen feierlich gedeckt. Nur der Blumenschmuck fehlte noch. Zufrieden betrachtete Hermine ihr Werk. Mrs. Snape würde keinen Grund haben, sich über ihre Arbeit zu beschweren. Hermine blickte kurz zu Elsie hinüber, die noch mit dem Holzkasten beschäftigt war, in dem das Silberbesteck aufbewahrt wurde und glaubte, dabei etwas zu beobachten, das vollkommen ausgeschlossen war. Für einen Moment hatte es so ausgesehen, als hätte Elsie einen eleganten Teelöffel in der Tasche ihrer Schürze verschwinden lassen. Hermine war so überrascht von ihrer Beobachtung, dass es ihr für einen Moment die Sprache verschlug und sie sich fragte, ob sie sich das vielleicht nur eingebildet hatte. Währenddessen verschloss Elsie seelenruhig den Kasten mit dem restlichen Besteck und drehte sich lächelnd zu Hermine um. So, jetzt können wir das schwere Ding wieder runterschleppen. Was ist? Warum schaust du so? Ich... Hermine räusperte sich. Nein, Elsie würde sowas niemals tun. Sie musste sich geirrt haben. Nichts, es ist nichts. Sie lächelte. Gut, dann lass uns zu dem alten Küchendrachen zurückgehen. Ich wette, sie hatten noch jede Menge Arbeit für uns. dass er noch jeder wie ein gutes formula verlevativ ist. Ich bin übrigens genau da. Aber die Leider haben jetzt einen Preis 50 Element. Und dann zurückzuke, das ist ein paar苗 vor?" Vielen Dank.